So, bei mir habe ich jetzt die Kreisliga-Fußballer vom SV Post-Schwerin. Zur linken Steffen, zur rechten Christopher. Ja, 1-0 verloren. Was haben wir falsch gemacht? Wir haben kein Tor geschossen, was dieselben geschafft haben. Und wir haben zu spät einen Stürmer eingewechselt. Also, wenn ich eine rote Karte gegen den Stürmer kriege, muss ich einen 6er auflösen und 0-1 zurückliege. Dann muss ich einen 6er auflösen und einen Stürmer bringen. Und das haben wir einfach zu spät gemacht. Klare Sache, klare Sache. Also, du hättest als Trainer viel früher reagiert, viel früher Stürmer Kakao eingewechselt? Wir haben unsere schwarze Perle Kakao auf der Bank. Der macht Druck und Dampf. Und den muss ich reinbringen für Khedira. Und dann ist die Sache auch gegessen. Also, ich glaube, die selben stehen defensiv kompakt mit zwei sehr erfahrenen Spielern, mit Wiedic und Subotic. Aber wenn man keinen Stürmer auf dem Platz hat, kann man auch keine Tore schießen. Vollkommen richtig. Das war, glaube ich, unser Manko. Und? Wir haben Elfmeter und ein Schweinsteiger schießt in den Testspielen die Elfmeter, macht sie sicher rein und wir lassen Podolski schießen. Und er versagt kläglich. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, siehst du das ähnlich? Ja, nicht nur ähnlich, das sehe ich genauso. Also, ist das auch ein taktischer Fehler, ein Trainerfehler? Ja, das ist eine absolute Katastrophe. Und vom Trainer total falsch entschieden. Also, dort kann ich Stürmer mehr zu bringen. Das geht nicht. Weil ohne Stürmer schießt du keine Tore. Letztendlich haben wir aber in der Anfang der zweiten Hälfte viel hochkarätige Chancen gehabt ohne Stürmer auf dem Feld. Wobei die Chancen kamen ja durch den eigentlichen verkappten Stürmer Podolski. Von daher weiß ich nicht. Also, wir haben ein Endspiel Mittwoch gegen Ghana. Das müssen wir gewinnen. Dann sind wir auf alle Fälle im Achtelfinale. Und dann ist es scheißegal, ob wir irgendwann gegen Serbien verloren haben. Weil am Ende sind wir in der Turniermannschaft und kommen weit nach vorne. Es ist scheißegal, ob wir gegen Serbien verlieren oder nicht. Das passiert mal und dann ist gut. Lieber jetzt verlieren als im Achtelfinale. Das ist einfach so. Jetzt können wir es uns wieder noch leisten. Wir gehen gegen Ghana, sind wir alle hoch auf und haben Siegeszug und setzen wir bis ins Finale fort. Und das ist wichtig, weißt du? Das ist wichtig. Und dann holen wir den WM-Titel, oder was? Im Finale tut es viel mehr weh als jetzt gegen Serbien mal 0 als verlieren. Jetzt können wir noch verlieren. Wir sind ja auch für den Aufbau der Oststaaten. Machen wir uns ja nichts vor. Und dann kann man gegen Serbien auch mal 1-0 verlieren. Die freuen sich jetzt. Wir kommen eh nicht weiter und wir gewinnen das Turnier und fertig ist die Sache. Was muss man denn jetzt tun, um keine Aufbauhilfe Afrika zu leisten im nächsten Spiel gegen Ghana? Ja, das Gute ist, Jogi hat jetzt die Möglichkeit, entweder unseren blinden Gomez reinzunehmen oder unsere schwarze Pelle Kakao, der Urdeutsche. Ich hoffe, dass er sich für den richtigen entscheidet, nämlich für Kakao. Weil der macht Dampf, der macht Druck nach vorne. Und wenn er das macht, dann gewinnen wir gegen Ghana auch. Und wir werden keine Aufbauhilfe für Ghana machen. Weil einmal einen Außenseiter nach vorne putzchen, das reicht. Man, Fakt ist einfach, wenn wir das Ding gewinnen, sind wir im 8. Finale. Das muss Motivation genug sein. Wir brauchen Löw gar nicht groß rumreden. Leute, wir sehen das Spiel gegen Ghana. Drei Punkte und wir sind im 8. Finale und haben noch eine geile WM vor uns. Und wir sind immer noch Deutschland. Wir sind Deutschland, weißt du? Wir haben drei WM-Titel auf der Uhr. Wir sind immer noch eine Turniermannschaft. Wir wollen den vielen Sternen, den vielen Stern wollen wir! So ist das und so wird es auch kommen. Also wir werden weit kommen in dem Turnier und gegen Ghana werden wir einfach gewinnen, weil wir einfach die deutsche Nationalmannschaft sind. Und da brauchen wir uns nichts vormachen. Ghana kann zwar ein bisschen laufen, aber dann hätt es auch auf. Wenn du jetzt Jogi Löw wärst, würdest du lediglich zur Aufstellung heute Klose mal Kakao tauschen? Ja gut, muss ich ja jetzt, dadurch, dass Klose gesperrt ist. Über Gomez brauchen wir nicht reden, weil ich meine, der hat bei der Euro genug gezeigt, dass er nicht tauglich ist, den Druck auszuhalten. Das zeigt er bei Bayern eigentlich auch immer wieder. Der Kakao, der hat eine gute Saison gespielt, genauso wie Kiesling. Auch der hat eigentlich eine Chance verdient. Ich weiß nicht, warum man den nicht einsetzt, genauso wie warum man Kourani zuhause lässt. Das ist nicht meine Entscheidung, das ist die Entscheidung des Bundestrainer. Der wird sich schon etwas dabei gedacht haben. Und ich denke, dass Kakao im nächsten Spiel von Anfang an spielt, das ist die einzige richtige Entscheidung. Was ist dahinter? Ich meine, wir haben viel über den Sturm diskutiert. Klose oder nicht Klose, die hat sich erst einmal erledigt. Dahinter, wir haben jetzt erfolgreich gespielt mit der Dreierkette gegen Australien. Heute hat es nicht funktioniert. Was ist mit Alternativen? Marine hat nicht gezeigt heute. Was wäre zum Beispiel mit einem Toni Kroos, der eine starke Saison gespielt hat bei Leverkusen? Was denn? Es geht um Toni Kroos. Toni Kroos hat seine Zukunft vor sich. Eigentlich, wie ich sagte, auch Thomas Müller. Gut, den hat er jetzt ins kalte Wasser geworfen. Toni Kroos hat seine Zukunft vor sich. Ich glaube nicht bei dieser WM. Wir haben in zwei Jahren in der Ukraine und Polen die Chance, einen Toni Kroos rauskommen zu lassen. Und bis dahin hat er noch seine Zeit. Also ich denke, dass er bei dieser WM keine Rolle spielen wird. Ich glaube nicht. Andere Meinung. Also ich glaube, Toni Kroos, den kannst du, also als junger Spieler, der ist unbekümmert, allein schon wegen seiner schon in der Situation, kannst du ihn jedes Mal bringen. Der hat den ganzen Schuss in der Bundesliga, für mich persönlich, macht die geilste schon in der Situation. Und zum Beispiel heute gegen einen Özil, der ein richtig guter ist. Wissen wir alle, wissen wir alle. Aber der heute seine Leistung nicht gebracht hat, kannst du gerne mal einen Kroos bringen, der einfach mal mit seinen Unbekübertrag, mit seinen schönen Situationen einfach mal frischen Müll reinbringt. Und der vielleicht aus einer einzelnen Aktion, das ein entscheidendes Tor macht oder einen entscheidenden Pass spielt, meiner Meinung nach. Ja, genau so lassen wir aber auch einen Marien auf der Bank sitzen. Also einen Marien, der der einzige in der Mannschaft ist, der einfach die 1-1-Situation sucht, mal das Foul zieht, mal eine Standardsituation sucht, der immer, immer auf die 1-1-Situation geht, als einziger in der Mannschaft meines Erachtens. Auch einen Özil macht das nicht, den lassen wir draußen sitzen und bringen dafür einen Podolski, der, ich habe Respekt vor ihm, weil der hat einen guten Linken, der macht gute Aktionen, hat in der Saison in Köln nichts gezeigt, wirklich gar nichts mit zwei oder drei Toren pro Stürmer, da musst du dich verstecken in der Bundesliga. Und wir lassen einen Marien draußen sitzen, der meines Erachtens ist einer der besten Fußballer in der Mannschaft, in der Mannschaft ist. Gut, da habe ich die Werder-Brille auf, weil als Werder-Fan sagt man das natürlich, aber ich glaube, der erhält immer den Vorzug erstmal von Kroos, weil dessen Zeit kommt noch. Der ist 21 oder so, das kommt noch. Aber als Einwegzinsspieler hast du immer die Chance verdient, als Stammspieler, also als Vallenbach-An hast du recht. Aber ich glaube, ein Toni Kroos, wie Marien, wie du schon sagst, der jetzt einfach verdient hat, bei der ganzen Saison, die sie beide gespielt haben, musst du bringen. Selbst ein Marien, der vor allen Dingen noch ein bisschen mehr Erfahrung hat, weil er stattdessen gespielt hat, musst du Vallenbach-An manchmal bringen. Ich meine, im letzten Spiel brauchst du die Mannschaft gegen Australien und musst du eine Marien bringen. Ist einfach so. Ist Fakt. Also machen wir uns das vor. Kroos hat eine Bombensaison gespielt, hat auch ein richtiges Unfeld. Ob der jetzt nur zu Bayern geht und ob das das Richtige ist, ist die Frage. Aber ich glaube, für die WM ist es noch einen Ticken zu früh. Was ist mit der Abwehr? Der Reporter meinte, Holger Badstuber, da muss sich Jogi Löw etwas einfallen lassen. Wie seht ihr das? Muss er auch. Weil für mich ist Badstuber ein Mann für die Zukunft. Ich finde es von Jogi Löw vollkommen richtig, einen Badstuber mitzunehmen. Der hat eine riesen Saison gespielt, der hat sich bei Bayern durchgesetzt. Die haben auf drei Hochzeiten gespielt. Wobei Bayern natürlich auch keine Alternative mit der linken Verteidigung hat. Haben sie auch nicht, das ist Fakt. Aber ein Badstuber hat sich einfach stabilisiert in der Mannschaft und das ist schon ein Zeichen. Weil Bayern ist das non plus ultra in der Bundesliga. Und da musst du den Badstuber mitnehmen. Okay, jetzt hat er gegen Australien eine starke Partie gemacht. Machen wir uns nichts vor. Australien war schwach, war schwach. Fußball-Nation schlechthin. Du sagst es. Und jetzt gegen Serbien hast du mal eine Mannschaft gehabt, die ein bisschen dagegen hält. Und hast du gesehen, dass Badstuber mit dem Druck, den man zweifellos hat bei der WM, kam er nicht ganz klar. Ist vollkommen legitim, ist vollkommen legitim. Und jetzt musst du an Jugoslofs Stelle, musst du dann denken, okay, der Badstuber hat eine geile Saison gespielt. Hat das letzte Spiel gut gemacht. Aber jetzt hast du noch einen Jerome Boateng, der für mich persönlich einen Tick stärker ist als Badstuber. Dann musst du einen Lärm auf links stellen. Weil da hat er bei der WM 2006 oft genug gezeigt, dass er da an der richtigen Position ist. Von daher, zur Not haben wir immer noch einen, obwohl ich als Werder-Fan natürlich gegen den HSV, aber haben wir immer noch einen Marcel Jansen auf der Bank. Auch der kann natürlich aufblühen. Und man hat heute gesehen, Serbien wird natürlich deutlich unterschätzt. Die haben viele gute Spieler in der Mannschaft. Ein paar, die Bundesliga-Erfahrung haben, ein paar, die internationale Erfahrung haben. Junge Mannschaft, wir sehen. Also natürlich ist es auch ein Schlag in die Fresse für so einen Badstuber, wenn er dann nach einer durchwachsenden Leistung heute gegen Serbien, wobei sich da keiner von ausnehmen kann, auf der Bank Platz nimmt. Also ich gehe davon aus, dass der Badstuber wieder bringt gegen Ghana. Dann haben wir nur im Sturm einmal das Gute, dass wir einfach mal einbringen können, der 90 Minuten Gast macht mit Kakao oder wen auch immer. Und dann schauen wir. Das wird schon. Achtelfinale, wir kommen. Klare Sache. Wir haben uns verdient mit der geilen Truppe. Wir haben zwar eine junge Mannschaft, aber selbst wenn du siehst, ein Schweini, ein Klose, selbst Neuer im Tor ist für mich eine Führungsperson. Und da ist nichts anderes als das Achtelfinale, nichts anderes zielt. Klare Sachen. Gut, dann danke ich euch für die Analyse dieses Spiels. Es war sehr interessant, sehr aufschlussreich für das nächste Spiel. Und bin dank nicht bei ihm fürs Zusehen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.